Es hat mich mega gefreut, bei Swissgis mitzumachen, weil ich auch meine alten Schulkameraden wieder treffen konnte und es einfach ein Miteinander gesehen war, obwohl es ein Wettkampf war. Die Spie-Skills sind die Es geht darum, dass es die Jugendlichen, die diese Arbeit geben, und auch dass es eine Kompetenz ist, und dass es die Situation ist, dass es zu gewinnen ist. Für mich ist es viel Stress, weil ich eine Stresssäge bin. Und dann ist es, dass ich mein Geschäft vorangeheir bin, die neu ist. Untertitelung des ZDF, 2020